Heute erkläre ich dir, wie das Universum dich führen kann. Natürlich kannst du andere Möglichkeiten ausprobieren. Ich erkläre es dir heute ganz im Zeichen der Blumen. Überall habe ich Blumen gewählt. Ich liebe ja Rosen. Ich kann mich auch an die Zeit, an die Schwesternschaft der Rosen sehr gut erinnern. Ich bekomme da immer wieder ganz tolle Erinnerungen an diese wundersame Zeit, in der wir noch auch sehr magisch gewirkt haben. Und diese Magie, ich liebe sie im Alltag zu erleben, im Sein zu erleben. Und meine Seinsprozesse, die teile ich ja hier auf dem Kanal mit dir. Drum bleib dran, wenn du auch erfahren möchtest, wie das Universum mit dir spricht und wie es mit mir gesprochen hat. Und zwar als allererstes habe ich gefragt, natürlich nicht als allererstes, aber hier in letzter Zeit, was ist denn jetzt dran? Ja, es hat sich ja meine Seele gezeigt und da dachte ich so, irgendwie spüre ich eine Veränderung und fragte das Universum, was ist denn dran? Und ich erhielt dann ja so einen Impuls, ins Einkaufszentrum zu laufen und mir dort Blumen zu kaufen. Ich bin dann hingelaufen, habe mir Blumen genommen, Rosen, ich liebe ja Rosen und habe auch gar nichts mehr weiter gedacht, stand dann an der Kasse, es waren ein paar Leute vor mir und darum habe ich die Rosen genauer betrachtet und auf der Verpackung, also das war so braunes Packpapier, stand drauf, Rosen für Göttinnen. Ah, ich spürte, das ist ein Hinweis und ich habe mir ja dann noch so einen goldenen Haarreif gekauft mit Glitzersteinen und ein goldenes Oberteil und wirklich gespürt, es ist etwas in die göttliche Ordnung gekommen, das Göttliche in mir erwacht oder ist erwacht. Und dann habe ich kapiert, aha, diese Rosen, die tragen eine Botschaft, das ist ja toll. Und das nächste Mal habe ich dann schon auch gefragt, habe gedacht, was ist denn jetzt als nächstes bei YouTube dran, was soll ich denn mal machen für die Leute. Bin wieder ins Einkaufszentrum gelaufen, habe mir dort Blumen gekauft, ohne zu gucken, ja, habe sie genommen und das war die Edelrose Luna. Ja, da habe ich natürlich ein wunderschönes Vollmond-Video live geplant und ja, natürlich auch gemacht, vielleicht warst du sogar dabei. Da haben wir ja auch mit der Lichtmeditation für 21 Tage begonnen und die Challenge war ja schon mal ganz toll erfolgreich. Da habe ich ja so super Feedbacks bekommen, dass ich die jetzt nochmal gemacht habe und aber erfahren habe aus der geistigen Welt, diese Begleitung soll ich dauerhaft anbieten. Und dann habe ich ja so ein bisschen gedacht, ja, was soll ich denn da verlangen? Was soll ich denn, wie manche jetzt ja so beschreiben, es ist alles grenzenlos, wir können Millionärinnen werden mit unserem spirituellen Business. Und ich habe dann wirklich meine Führer, meine Geistführer gefragt und habe gesagt, was soll ich denn da für einen Preis nehmen? Und dann bin ich wieder ins Einkaufszentrum gelaufen, habe mir Blumen gekauft, da stehen sie sogar noch. Und das ist ein, sieht man jetzt hier nicht so, aber es ist ein bunter Rosenstrauß und der hieß Fairtrade Gaia. Also ich habe dann ein bisschen reingespürt und es geht darum, es geht um unsere Beziehung mit Mutter Erde, den Gleichklang mit Mutter Erde. Dann können wir überhaupt nichts falsch machen. Das beziehe ich jetzt auch sehr stark noch in meine Begleitung mit ein seitdem und da passiert ganz viel. Also wir werden geerdet auf so vielen Ebenen und also so unterstützt auch von der geistigen Welt, aber auch von dem Licht, dass wir alle sind. Denn darum geht es, in dieses Einssein einzutauchen. Da habe ich ja eine schöne Meditation entwickelt. Also das ist magisch, was da passiert, also wie mein Alltag sich seit diesen elf Tagen schon wieder verändert hat, seit wir diesen Weg zusammen gehen. Das ist unglaublich. Immer wieder rufen mich ja Coaches an oder schreiben mir, die etwas verkaufen möchten, die auch kostenlose Beratungsgespräche anbieten. Und dann kommt oft so auch ungefragt, ja, du bietest viel zu viel an, du machst ja dieses und jenes. Die Menschen wissen gar nicht, was du machst. Und ich dachte am Anfang auch, ja, unsicher, hm, mache ich da wirklich was, mache ich da alles falsch? Bis ich ja letztens echt gedacht habe, nein, ehrlich nicht, ich mache das genau richtig. Ich habe diese Gaben und ich sehe ja die Naturwesen, die Elfen und die Blüten-Devas, ja. Deshalb fühle ich mich ja auch so mit den Blumen verbunden und deshalb sprechen sie auch über diese Botschaften mit mir. Ja, das ist immer, auf diesen Verpackungen steht das drauf. Ich glaube, das habe ich gar nicht gesagt, ja. Und so führt dich das Universum mit Dingen, die du liebst. Das kann bei dir ja ganz was anderes sein, ja. Ja, aber ich liebe die Blumen und die Schwesternschaft der Rosen. Ja, die wissen das, dass die Rosen uns, ja, mit uns sprechen. Ja, die zeigen sich auch oft die Blüten-Devas. Dann sehe ich wirklich auch diese kleinen, wundervollen Wesen in den Blumen. Die zeigen sich mir ganz häufig. Und dass auch dieser Trend, weniger Blumen in den Wohnungen zu haben, ist gar nicht gut. Ja, denn die Blumen, die haben uns ganz viel zu geben, so wie die Pflanzen insgesamt, ja. Die Bäume, alles, was Mutter Natur für uns bereitstellt, kann uns dienen. Aber nicht nur die Rosen, denn wir haben, mein Mann und ich, uns jetzt von der Mia nochmal verabschiedet. Wir haben ihre Asche im Garten verstreut, auch ihr Bild aus dem Wohnzimmer, ja, in die Schublade verbannt. Und auch andere Verstorbene, die wir im Wohnzimmer auf Fotos rumstehen hatten, sind in die Schubladen gewandert, weil die geistige Welt mir das so gezeigt hat, dass die Energien da besser fließen können. Wir dürfen natürlich trauern und, ist ja wichtig auch, aber dann auch loslassen und einfach, ja, Platz für Neues machen und dass das auch einfach alles wieder in Fluss kommt. Ja, unsere Wohnungen, unsere, wie wir uns, ja, sag ich mal, in unseren Wohnungen betten, also auch einrichten, das hat ganz viel auch damit zu tun, wie die Energie fließen kann. Da, genau, ich wieder eine neue Frage gestellt. Ach so, dann kann auch das Universum über Nummernschilder antworten. Ich habe nämlich auch die geistige Welt gefragt, ja, was ist denn jetzt wirklich das, was ich, was ist denn wirklich meine Gabe, was ich den Menschen geben soll? Und da laufe ich in dem Moment an einem Auto vorbei und da steht H-E-B, also Heb-An, E-A-A-N, Entschuldigung, also Heb-An. Und das mache ich ja schon mit den Frequenzerhöhungen, aber auch mit der 21-Tage-Challenge, die ich in Zukunft, wie will ich die nennen, glücklich schwingen? Nein, naja, ist so ähnlich, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ich habe es mir aufgeschrieben, schwinge glücklich. So, schwinge glücklich nennen werde, diese Begleitung und bin dann noch nicht fertig, wie ich das aufbauen werde. Ich werde es natürlich teilen, aber ich werde jetzt auch noch weiter berichten, wie das Universum weiterführt. Ich wohne ja in Nürnberg und da ist ein H-E-B-Nummern für, ich weiß gar nicht, was das für eine Stadt ist, ungewöhnlich. Denn ich fragte dann nochmal, aber wie? Und dann sehe ich, wird mein Blick auf ein Nummern-Schild gelenkt. Hebe oder heb so, 3-3, das ist ja die Christuszahl, einfach aber die energetische Christuszahl, ja da fließt einfach Jesus-Energie, Christus-Energie. Und ich habe verstanden, also heb so. Und ihr glaubt es nicht, dieses heb ist jetzt schon in allen Variationen mit heb an, heb so. Ich weiß nicht, was habe ich gestern noch gesehen, auch wieder mit heb und irgendwie, ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wo diese Autos herkommen, aber komisch, es gibt ja keine Zufälle, alle in Nürnberg und mein Blick wird drauf gelenkt. Und ja, das ist immer, wenn ich eine Frage stelle, dann weiß ich automatisch, wann die Antwort ist. Es ist wirklich so, dein Blick wird da drauf gelenkt. Wenn du es ein paar Mal geübt hast, dann weißt du auch den Unterschied, wann eine Antwort fließt und wann nicht. Jedenfalls, ja, ich bin ja die Zweiflerin, nein, eigentlich nicht, aber ab und zu zweifle ich schon. Und dann habe ich mal wieder gezweifelt und dachte, ach, es ist Zeit für einen Blumenbruch, obwohl ich mir die erst relativ frisch gekauft habe. Aber ich kann ja auch im anderen Zimmer noch Blumen stehen haben. Und so bin ich wieder ins Einkaufszentrum gelaufen, diesmal mit der Frage, da habe ich die Mia gefragt. Und die Mia hat sich auch abends mal, als ich auf dem Balkon sah, ganz deutlich in den Wolken gezeigt. Ich werde das hier auch noch in der Community posten. Zwei Fotos, einmal, wie ich den Abendhimmel fotografiert habe und einmal, wie ich das Bild vergrößert habe, wo man wirklich sieht, dass die Mia aus den Wolken rausschaut. Sie hat das gespürt, dass wir uns verabschieden, hat nochmal nach uns geguckt. Sie ist ja auch eine große Seele, die Mia Ma heißt diese Seele. Und die ist ja auch ganz stark in der Sissi wieder inkarniert. Aber die Mia Ma, die kann millionenfach inkarnieren und die inkarniert immer in Beaglekörpern. Diese wundervolle, ich höre gerade in Hundekörpern, also nicht in Beagle nur, aber habe viel in Beaglekörpern, aber auch in anderen Hundekörpern. Genau. Und es ist so eine Überseele, ja. Und da habe ich dann eben die Mia gefragt und habe dann gesagt, Mensch, Mia Lein, ist denn das wirklich der richtige Weg für mich? Die Zweiflerin halt. Und wie gesagt, ins Einkaufszentrum gelaufen. Dann war ich noch in der Verbindung mit der Mia und dann habe ich gesagt, welche Blumen soll ich mir denn kaufen? Und dann hat sie gesagt, deine alten Lieblingsblumen. Und meine alten Lieblingsblumen sind, ist die Color. Und da stand auch ein Strauß mit so fünf Color und dann habe ich den genommen, bin zur Kasse gegangen, habe geschaut, was draufsteht. Und wisst ihr, was da drauf stand? Lass diesen Kelch nicht an dir vorübergehen. Ich finde das so magisch, weil ich ja dann schon wieder gedacht habe, ach, ich muss günstiger sein. Und ich will ja, dass alle sich das leisten können. Aber die geistige Welt, die sagt wirklich, wir dürfen unseren Preis verlangen. Natürlich werde ich keine 50.000 oder 100.000 Euro, wie das ja wirklich manche machen, verlangen. Denn hier Fairtrade, Gaia hat mir ja auch gesagt, es soll fair sein. Es soll auch im Hinblick sein, dass wir für Mutter Erde wirken. Und da sind ja ganz große Seelen auch in den Feldern, sage ich noch, in diesen Bewusstseinsstufen, die noch ganz viel bewirken können für die Erde. Die sind ja noch nicht mal richtig losgegangen. Und die abzuholen, die, sage ich mal, sind oft noch gar nicht so bereit, so viel Geld dafür auszugeben. Obwohl es auch, sie spüren das, dass das das Tolle ist, dass das ihnen ganz viel bringen würde. Aber sie haben noch viel zu viele Ängste und noch viel zu viele Dogmen und Glaubenssätze und was weiß ich. Und die, für die mache ich ja ganz viel kostenlos. Und da wird es auch einmal im Monat, nämlich zu Vollmond, oder ich versuche es zumindest, um den Vollmond zu machen, immer kostenlos. Auch eine wundervolle, wir sind das eine, Lichtmeditation geben. Geben mit natürlich auch Fragen, Antworten, auch neuste Seinsprozesse, die mir begegnen. Teile ich dort Tipps, wie du mit dem Universum sprechen kannst und so weiter. Darauf freue ich mich. Also es ist für alle gesorgt. Und für mich darf es aber auf jeden Fall auch so sein, dass mein Kelch gefüllt wird, ja, mein finanzieller. Ich darf Geld empfangen. Ich liebe Geld und ich freue mich jetzt schon, wenn sich ganz, ganz viele anmelden und diese Begleitung nutzen, weil das ist so magisch, das führt dich so in eine hohe Schwingung. Das heißt dann nicht umsonst, schwinge glücklich, weil durch diese Schwingung wirst du glücklicher. Also jetzt nach elf Tagen sind da schon einige wesentlich glücklicher. Und bei manchen, es kommt auch auf deinem Level an, dauert es noch ein bisschen, aber ganz viele sind schon, schwingen schon höher. Die meisten, sage ich mal, und da passiert auch schon was. Ich bekomme jetzt schon tolle Feedbacks von Geldgeschenken und so weiter. Aber auch von, sage ich mal, anderen Geschenken, ja, dass zum Beispiel liebe Freunde sich melden und dass man einfach Zeit mit ganz lieben Menschen verbringt, Einladungen und solche Dinge. Es gehört auch dazu, zum Wohlsein, zum schönen Leben, ja, sich mit anderen zu verbinden, die Herz-zu-Herz-Verbindung nicht nur online zu fühlen, sondern auch im Alltag. Und ja, da helfen dir gerne die Blumen. Wenn du, ich weiß jetzt nicht, ob das Schleichwerbung ist, aber das Blume 2000 gibt es bestimmt in vielen Städten. Und da ist wirklich auf jeder Verpackung so eine Botschaft drauf. Oder was heißt Botschaft? Manchmal der Name alleine, der Rose, ja, wie jetzt hier Fairtrade, Gaia, kann dann schon ein Hinweis sein auf die Frage, die du vorher gestellt hast. Ja, habe ich jetzt noch was aus dem Science-Prozess. Also die Magie der Blumen ist unbeschreiblich. Ich habe ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht mehr, auch mal Feilchenblüten-Essenz hergestellt. Also Feilchenblüten, weil da auch Timia ja so krank war und Feilchenblüten trösten sehr, ja. Und da habe ich ja auch dieses Auraspray damals benutzt und so. Und das bringt auch sehr, sehr viel. Ich habe schon mal überlegt, ob ich mehr diese Blütenessenzen mache. Aber das ist nicht so mein Weg. Ich bin der telepathische Typ, der einfach alles über die Energie macht. Und dann schreibe ich auch noch so gerne. Das sind so meine Sachen. Außerdem bin ich noch gerne in der Natur, wenn ich jetzt auch noch anfange, Essenzen herzustellen. Das kann mal sein, wenn ich einfach so einen Impuls bekomme. Aber das ist einfach nicht das, was ich so gerne mache. Auch wenn es auch Spaß macht, ab und zu, weil dann ja sich auch die Blütendevas so stark zeigen, wenn man in diesem Prozess der Herstellung ist. Also das ist Wahnsinn, das ist magisch, das ist berührend. Ja, und vor allem die Menschen spüren das auch. Das ist auch damals sehr gut gegangen. Ja, so wie es die Blüten auch verdient haben. Ja, denn sie unterstützen dich so, so gerne. Und probier es doch einfach mal aus. Vielleicht auch mit anderen Dingen, die du gerne machst. Ja, es muss jetzt nicht das Gleiche sein. Du kannst es ja auf alles. Wie jetzt zum Beispiel ich ja auch über Nummernschilder ja auch Antworten bekommen habe. Es geht auch über Zahlen. Ja, Zahlencodes. Da mache ich jetzt demnächst auch noch wieder ein Video. Aber Lovecode möchte natürlich auch viel mehr gesehen werden. Das ist ja auch so ein Geschenk aus den Sternenlichtfeldern. Also ein ganz tolles, energetisches Lichtwesen, was uns mit Zahlenreihen beschenkt. Und ja, aber für heute waren es einfach die Blumen, die Magie der Blumen. Und ich hoffe, die hat dich im Herzen erreicht. Und ja, probier es einfach mal. Und teile gerne deine Erfahrungen mit mir und mit allen, die hier so auf YouTube und auf meinem Kanal rumschauen. Das in den Kommentaren. Ja, das ist auch wirklich interessant. Ich lese es so gerne, wenn andere auch über ihre tollen Erfahrungen im Sein berichten. Denn das ist das Erwachen, ja. Wunderbar. Bis bald. Deine Claudia Elisa